Heute ist der 10. Mai und zum ersten Mal gibt es unseren wohlberühmten Frühstücksbrei. Frische Karotte mit frischer Banane mit 40er Quark und ein Esslöffel Honig von unseren Bienen. Und der schmeckt Ihnen auch sofort, gell? Der Herr Gold steht schon im Futter drin, Frau Rot und da ganz wichtig, Frau Silber und da unsere kleine Frau Gelbe. Hier wechselt wohl zum anderen Futternapf der Herr Pink. Es ist beides gleich, gell? Da gehst du wieder zurück zu deinem alten Punkt. Hier ist übrigens noch der Herr Weiß, äh Blau, äh Frau Blau, die jetzt gerade ein Bordeauxfarbenes Band hat, weil uns Blau ausgegangen ist, gell? Und hier haben wir noch Frau Dunkelgrün, Herr Pink wieder und der Herr Hellgrün, genau, Herr Orange und hier unser Herr Weiß, gell? Geht's schon.